wir machen heute weiter mit der mine ich habe gerade ob wir noch irgendwo was haben was ich jetzt übersehen habe ja den die seite für die übungsgruppen wenn wir noch im moment talent was war verkaufen verkaufen können er vor allen dingen haben wir hier wir nehmen das thema wir können wahrscheinlich nicht alle talente so wir müssen irgendwo lange ich denke mal das war unten lang müssen wir uns in der großen halle treffen ich habe eine schwere zeit hinter mir und brauche einen freund sie du gehst jetzt nicht damit zu und seine leute da drin sind keine spur von locken hier draußen drin sein liegt das darin dass wir noch gegner haben ja 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 Gepasserte Troll, ihr habt ihr. Scheinbar war das Dicht daran, dass wir gerade ein bisschen... ...weil ich deswegen komme ich wahrscheinlich auch nicht in die Dings rein. Deswegen komme ich wahrscheinlich auch nicht in die Mine rein. Ok! Gepassert! Legit! Gepassert! Gepassert! Legit! Wuruppert! Gepassert! Was ist das? Das ist ein Schöner, und das ist ein Schöner. Warum treffe ich dich nicht? Alle, die weinen, die du bist, du bist, komm wahr! Ich habe dich mit besser! Du lachtest da, dem Schöner! Was glaubst du, du hast mehr aus dabei? Meine Frisse! So, kann ich jetzt in die Mine, oder geht die Nummer jetzt noch weiter? Das war der Gedanke, war der Weg dahinter, dass ich die Mine nicht betreten konnte. So, weiter geht's! Ist doch schön, dass... Hier wimmelt es ja nur so von Renrocks Anhängern. Ich muss gut aufpassen. Warte mal, ich... Ich bin ja ein bisschen assi. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Junge! Abonniere! Obniere! Beide! Abonniere! ich habe geguckt gerade warum ich die dinge sammeln könnte aber nicht aber die folge sind oder natürlich dieser wagen sollte mich tiefer in die mine bringen dann machen wir das doch mal aber diesmal habe ich das steuer in der hand natürlich niemand das muss das ende sein suche laut gorg oder ist das schon die letzte mission nein wir haben also scheinbar noch eine emission und wir haben papi und lotgots loyalität also wir müssen ist es nicht jetzt nicht vielleicht könnte es könnte sein aber das ist sogar schon jetzt hauptmission zumindest ist aber wir wissen es eigentlich ich vermute dass wir das ich vermute dass wir noch der final gegner wird wohin wohl diese rohre für das ist wir wissen es noch nicht und es fehlt ja auch noch der letzte und verzeihliche flucht für ja noch aber da war aber die wir zu spät bekommen wie sie sich umstehen und ab und ab Äh. 11.29. Warte mal, ich brauche mal Feuer, weil es am besten ist sie. So, die Nummer haben wir dann doch gelöst. Super, Powertränke, immer gut. Wir haben noch mehr Feinde unter uns, vor allem irgendwas mit Tod. Dass ich nämlich jetzt gerade erst, also irgendwas mit Totenkopf, da muss man mich höllisch aufpassen. Ich sollte wohl lieber auf eine der Plattformen springen. Ja, dazu müssen wir aber erstmal fliegen. Dann kann ich natürlich hier drinnen nicht, das ist klar. Ich bin jetzt hier drinnen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020